Hallo, komm mit. Ich brauch dich mal kurz. Kommst du mit? Ja, gesagt, du sollst mitkommen, Mann! Komm mit! Los! Geht doch. Mann, kann doch nicht so schwer sein, mir hinterherzulaufen und mich zu um... umzubringen, ey. Ja, los. Versuch's ruhig. Versuch's ruhig! Wuh! Wie gehst du nicht? Wie gehst du nicht? Gieß man nicht? Haha, Wichser, ey. War wohl nicht, ey. Nächstes Mal geh ich hier durch, du Wichser. The one door. Ach, halt doch, ich presse. Ich geh ja trotzdem durch. So, tschüss. Äh. Wie soll ich das Gefühl, dass er mich trotzdem gleich noch heimsuchen wird? Wie soll ich das Gefühl, dass dieser Ort hier echt gruselig ist? Wie soll ich das Gefühl, dass sich gleich was um die Ecke kommt? Ah, da bist du ja. Ah, gut. Da hätten wir das auch schon mal geklärt. Dieser um die Ecke Kompaktor wird schon mal geklärt. Nein! Ich klopp dich! Ich bin der einzig wahre Klopper hier, ey. Alles wird geklopft, die Jack ist damals getan, der den Zilber, ey. Hat ja eh die derbsten Echse gehabt. So, gehen wir mal gucken! Okay, mal gucken. Äh. Okay, das sieht nett aus. Ich mag hier gerne sein. Das ist ein schöner Ort. Den mag ich. Okay, it's locked. Das ist ein lustiges Gruschen, das ist locked sein. Okay, hier ist nichts. Ich geh mal bis die Stole weiter. Ganz simpel, einfach aus dem Grund. Weil, äh, hier Zombies sein können. Genau das ist der Grund. Weil hier Zombies sein können. Und ich glaube, ich bin der Sudamer erschrecklich. Ich weiß das nicht. Ich glaube, dass ich hier jetzt auch bekomme, der wieder und tötet mich. Ähm, noch bin ich nicht tot. Das ist ein gewaltiges Erlebnis. Das ist wirklich sehr toll. Okay, gehen wir mal hier lang. Was halten die da drauf? Das ist doch schön. Einfach mal hier lang gehen, ne? So, ob man schön ist, ne? So, gehen wir hier lang. Und wir finden irgendwie eine Waffe. Die sieht komisch aus. Ähm. Ich lasse mal eine Pistole fallen. Und nehme mal... Was bist du denn, ey? Das ist ja eine lustige Waffe. Ähm. Was sind wir mit dem Waffe jetzt mal weg? Äh. Ich würde die Pistole gerne dabei halten. Können wir die Schrotfländer... Ich weiß nicht, wenn wir die Schrotfländer haben, wir fast gar keine Munition, aber... Ich sehe nicht, wenn der Waffe ist hailt. Äh, devastating amount of damage in its close range. Ich glaube, der Sniper ist besser, oder? Ich lasse jetzt mal die Schrotfländer weg. Ich weiß nicht. Ich trau mich ja eh nie so nah an die Gegner ran. Also, was soll's. Naja. Ähm. Nehmen wir die Waffe erstmal jetzt. Und machen weiter. Ah! ástico! Das sollte sich ahora wie Goofy glaube ich gerade. Oh Gott, ey. Okay, ist klar. Ganz ruhig bleiben. Ich glaube, ich habe mich gerade wie Goofy angehört. Okay. Wisst ihr was? Nee. Ich lasse uns keinen Schaden zufügen. Das könnt ihr mal abschmieren, ey. Das könnt ihr mal abschmieren. So. Ja, greck. Nur weil wir eine Waffe geholt haben, müssen wir nicht gleich jetzt alle töten wollen. Ihr seid ja furchtbar. Immer gleich diese Konsequenzen. Nur wenn man was findet. Hätte ich sie wieder liegen gelassen, wenn wir wiederkommen, dann hättet ihr mich nicht angegriffen. Ist klar. Ist klar. Sind das die Geräusche? Okay, das sind die Geräusche von den Treppen hier. Ich muss auch gleich aufhören, aufzunehmen, weil sonst wird das hier alles asynchron. Das kenne ich ja noch. Äh, okay. Geht das hier nicht weiter, oder? Weil wir wollen wie verarschen, oder? So, wir machen das so. Alles klar. Ist doch alles halb so schlimm. Ist doch alles halb so schlimm. So. Wie das hier aber gleich was kommt, um mich zu töten? Ey, das ist immer dasselbe. Kommt immer Sachen, um mich zu töten. So, machen wir's mal so. Klatsch. Die Tür geht auf. Doch nicht. Ich hab mir gefühlt, das lage, das könnt ihr euch gar nicht vorstellen. So, ähm. Alles klar. Die Tür geht auf. Und batsch. Das ist auch wirklich schön. Gehen wir mal hier raus. Und schauen mal, ob vielleicht doch was batschen wird. Äh. Und Gewehrmunition. Seht ihr, das war schon mal ein gutes Zeichen gewesen. Dass wir uns hier richtige Waffe entschieden haben. So hab ich jetzt wieder Kreeds Climbing angesagt. Ich würde mich über die nächsten Speicherpunkte sehr freuen. Okay. Jetzt bin ich hier fast runtergefallen. Dieses Schritt macht. Ich kirre. Ich glaub, ich will das nicht. Ich mach das glaub ich mal aus, ey. Das ist echt gefährlich für mich. Ähm. Wo ist das denn? Äh. Wo kann ich das hier irgendwo einstellen? Ähm. Camera and Scope Effect. Black and White Effect. Blood Articles. Double Tap. Dodging. Nein. Das will ich nicht mehr haben. Das, äh. Tut mir nicht gut. Das fällt mir auf. Ich führ uns lieber die Ausweichknopfe dafür. Der tut mir am besten. Also der macht den Job für mich am besten, wollte ich sagen. Der tut am besten. Wirklich gutes Deutsch, Mann. Scheiße, wirklich klasse. So, hier kann ich rauf und wenn ich von hier aus hier rüberspringen, ist dann nichts. Okay, dann geh ich... Ah, scheiße, jetzt bin ich runtergefallen. Nochmal neu. Hier rüber, da rüber. Dann hier lang springen. Dann hier rüber und dann da und dann hier. So, okay, alles klar. Dann wären wir schon mal wieder hier. Und jetzt können wir hier rein... All die Tüten, Zombie! Du kannst nicht mal... Okay, so kann ich dich nicht töten. Kann ich nur durch das Fenster. Fick dich! All die Tüten, Zombie! Aller, dir würde ich mich ja nicht mal anlegen, blöden Spinner. Kann es sein, dass ich... Ich weiß nicht, ob das jetzt richtig ist, ey. Ja, wenn ich die Schrumpflinge kriege ich bestimmt auch irgendwann nochmal wieder. Irgendwann kommen bestimmt Zombies mit Schrumpfling-Munition oder so. Keine Ahnung. Kann ich mir gut vorstellen, ey. Dumme scheißkranke Viecher, Alter. Ihr seid auch alle behindert. Hier kommt das Viech so um die Ecke gewurscht. Also ich dachte, das geht, ey. Mann, ey. So. Okay, er lebt wieder etwas Größeres. Mal sehen, was diesmal kommt. Oder Kettensägen waren es bestimmt wieder hinter mir. Ich sehe schon, wie der kommt. Der kommt ja wieder hinter mir und bringt mich um, ey. Okay. Das ist ein netter Rod. Ich mag den. Okay. Alles klar. Kettensägen-Typ. Du kannst mich echt... Was ist daten? Ah, Deadliness wearing you down. Okay. Deadlines wearing you down. Can't find bla bla bla. Jump down the mod team. Bla bla bla. Modification. Yeah. Akademie-Wa-Wa-Wa. Handeln. Okay. Alles klar. Faxes hat mich hinzugefügt. Das ist ja wirklich cool. Das ist ja wirklich Spaß. So. Mal sehen. Wo sind hier meine Kulieben? Sag nicht. Jetzt muss ich da reingehen. Wieso muss ich hier mal irgendwo reingehen? Kann ich nicht mal irgendwie draußen bleiben? Okay. Erstmal gucken, ob ich irgendwas finde. Irgendwie Munition oder sowas. Aber es sieht nicht so aus. Okay. Alles klar. Ich würde mal sagen... Ja, ich glaube, ich finde hier nichts. Ich würde sagen, ich finde hier nichts. Ich würde sagen, wir gehen da rein. Bäu, 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 bäu. Hier kommen Zombies in die Ecke rein. Okay. Wahrscheinlich muss ich jetzt in der Teilung passen zu dem, was jetzt passiert will. Hallo? Hier ist ja gar keiner. Was ist hier los? Okay. Ich habe AOM-Hody gefunden. Er ist noch ein Betonci-Hody oder was? Ich habe keine Ahnung. Irgendwie sowas in der Art wird das ja wohl sein, oder? Ja, also Doro und Batschi. Ich will was kaufen. Mann. Das wäre echt lecker. Einfach mal so ein McDonald's Burger oder sowas. Keine Ahnung. Das wäre echt cool. Aber keine Ahnung. Ich schalte hier die ganze Sachen frei. Das finde ich ganz witzig. So, ähm. Alter, ich weiß, was hier passiert. Jetzt fällt es mir ein. Ich wette, die machen hier gleich überall das Licht aus. Die machen hier gleich überall das Licht aus. Und dann geht der Spaß los. Dann geht das nicht damit los, dass ich hier durchprügeln darf. Und man, weil keine Ahnung hat... Darf ich hier mal durch? Was ist das? Some Helle. Okay. Inventory Fall. Was soll ich denn jetzt noch wegpacken, ey? Oh Gott. Ich soll das Handy wegschmeißen. So, jetzt... Komm, ich nehme die Pistole weg. Sie hat ihren Job getan. Wie groß ist der Screwdriver. Ich habe jetzt dieses Ding dafür. Ich habe jetzt diese komische andere Pistole dafür. Fairly powerful three-round burst pistol. Ja, warum nehmen wir da nicht die? Nehmen wir doch erstmal die mit rein. Kann ich beide Waffen Gleitzeufer verwenden? Ja, das sieht gut aus. Alles klar. Das ist schon mal etwas. Gut, gut. Ähm. Mit dem Screwdriver müssen wir jetzt bestimmt irgendwas hier machen. Ähm. Was war das? Okay. Jetzt sind wir auf jeden Fall draußen. Äh. Ich fühle mich so unwohl. Ich fühle mich so... Ja, das sieht schon eher nach gruseliger Schule aus. Wieso? Muss man immer durch ein bisschen gruseligen Gebäude durchgehen. Ich habe hier so ein Scheißgefühl bei der Sache. Ich würde wenigstens mal gerne speichern. Wieso? 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 Ich habe so eine Angst hier drin. Ey, diese Schule macht mich kirch. Das erinnert mich an die Schule, wo ich mal gewesen bin in einem Zorn. Das ist eine Stadt näher Hamburg. Das war auch so eine kleine Grundschule. Die ist so ähnlich aufgebaut wie die hier. Das macht mir gerade echt Angst. Gerade weil die so ähnlich aussieht. Okay, was ist hier? Ist hier noch irgendwas? Oh Gott, man kann da reingehen. Das ist nicht gut. Okay, wie sagt man? Das ist eine Derbe gezeigt. Okay, I need a screwdriver. Und so open this. Ja, mein gerne. Nein, 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 nein. Screwdriver. Wieso habe ich kein gutes Gefühl bei der Sache hier? Warte, Leute. Okay, ich komme! Okay, ich komme! Warte, Leute! Ich komme!